Hallo zusammen, willkommen zu einem ganz kurzen Video zu Horse Reality. Ich hatte es ja schon angesprochen, dass ich jetzt immer mal Verkaufsvideos machen werde. Wenn ich plane, ein Pferd zu verkaufen, dass ihr darüber informiert werdet, kurz und die Möglichkeit habt, mitzubieten. Ich werde es so machen, dass ich die Pferde ohne einen Sofortkaufpreis rein stelle und mit einem gewissen Preis zu bieten beginne, je nach Qualität des Pferdes, damit verschiedene Leute die Möglichkeit haben, das Pferd zu kaufen und dass es vor allen Dingen auch nicht gleich so mega teuer wird. Und ich habe mir jetzt drei Pferde ausgesucht, die ich in den Verkauf stellen möchte, einfach weil ich wieder ein bisschen Platz brauche und ich nicht das Geld habe, mir permanent neue Boxen zu kaufen. Und zwar wird es zwei Karmarktpferde betreffen und einen der Mustangs. Und zwar, wir gucken erstmal bei den Karmarktpferden rein. Zum einen ist es einer meiner ausgewachsenen Hengste und zum anderen ist es ein kleines Stutfohlen. Ja, wer wird sich verabschieden? Das wird zum einen Figaro sein. Figaro ist der erste Hengst, glaube ich, den ich da gefangen hatte. Wir machen mal den Anfang. Der gute Figaro ist vier Jahre, acht Monate alt, 1,34 groß. Ist vom Training her recht weit. Den werde ich auch jetzt direkt noch mal weiter trainieren, denn ich trainiere natürlich weiter, solange ich die Pferde habe. Zum aktuellen Zeitpunkt ohne diesen Schritt ist er bei 29 Prozent des letzten Trainings, bevor er reittechnisch in den Disziplinen ausgebildet werden kann. Hat ein genetisches Potenzial von 562. Das genetische Potenzial ist wichtig für die Wettkämpfe, habe ich mir sagen lassen. Könnte ein Champion in Reining bekommen, äh, nicht bekommen werden. Ähm, und hat fünfmal Second Premium gewonnen. Hat bis auf den Schritt alles gut. Ähm, der Schritt ist im mittleren Bereich, aber der Rest, ähm, liegt bei gut. Und von der Gesundheit einmal gut bei Rückenproblemen und ansonsten überall exzellent. Also gar nicht mal so schlecht, aber trotzdem tatsächlich, so traurig es klingt, der schlechteste meiner Hengste. Und deswegen habe ich mich entschlossen, ihn zum Verkauf zu stellen. Damit ich euch auch gleich mal zeigen kann, wie das geht. Ihr geht dann hinten auf Update und dann könnt ihr hier bei Add Horse to Horse Market, könnt ihr reinschreiben, was ihr euch vorstellt. Buyout ist ein Sofortkaufpreis. Startoffer gebt ihr ein, was ihr mindestens quasi haben wollt und was die Leute zahlen müssen als erstes Gebot, wenn ihr eine Auktion ermöglichen wollt. Ihr könnt auch beides machen. Ähm, das ist durchaus auch möglich. Und hier unten müsstet ihr reinschreiben, wenn ihr einen Privatverkauf machen möchtet, müsstet ihr den Namen des Spielers reinschreiben. Und da er jetzt gar nicht so schlecht ist und ein Pferd aus der Foundation auch schon 5.000 plus ein Foundation-Ticket kostet, hätte ich gesagt, fange ich bei dem Guten einfach mal, ja, 2.000 ist zu viel. Ich fange mal bei 1.500 Startoffer an, mache aber keinen, ähm, keinen Buyout. So, da läuft der Gute jetzt durch. Und, äh, jo. Das ist also der erste, den ihr kaufen könnt, der gute Figaro. Dann als nächstes, ich hatte ja schon gesagt, dass es noch ein weiteres Karmarkpferd treffen wird, und zwar ein Stutfohlen. Und zwar ist die nächste im Bunde die kleine Lilli. Die kleine Lilli, die hier braun ist, ich habe sie nicht, doch, ich habe sie auf die Genetics testen lassen. Sie hat hier großes A und großes G bei beiden. Was das jetzt genau bedeutet, bitte fragt mich nicht. Ich, äh, ja, ne, kenne mich damit nicht so richtig aus. Das hatte ich ja schon mal erzählt. So, auch sie ist hier schon im letzten Training, noch nicht ganz so weit wie Figaro, aber auch schon ein bisschen weiter. Hat ein genetisches Potenzial von 595. Soll aber wohl nicht so mega gut sein für Wettbewerbe später. Ähm, ist leider auch sehr, sehr schlecht vom Körper. Hat viermal Third Premium gewonnen. Hat überall nur Average. Ähm, bei den Schultern sogar unterm Durchschnitt Below Average. Von daher leider kein guter Körper bei der kleinen Maus. Ähm, gesundheitlich ist sie mit dreimal Good und zweimal Exzellent. Ja, auch eher so ein Passt schon so, Kandidat. Deswegen würde ich bei ihr tatsächlich das Startgebot bei 500 Credits nur setzen und sie relativ günstig ansetzen. Und das letzte Pferd, was sich verabschieden wird, so, ist ja wie gesagt ein Mustang. Und zwar ein Mustang Stütchen. Und zwar möchte ich Moonlight versteigern. Moonlight wird sich verabschieden. Ihr seht es, ihre Gesundheit überall exzellent. Bei den Achievements hat sie dreimal Second Premium gewonnen. Average Arbeitsgalopp und Average Vorderbeine. Die sind im Durchschnitt. Alles andere ist im guten Bereich. Hat ein genetisches Potenzial von 581. Hat hier vorne ein großes E. Ich kann euch wieder nicht erklären, was das heißt. Die Verkaufsvideos werden noch hier nicht problematischer werden. Professioneller. Hat aber wohl auch nicht das Zeug groß rauszukommen. Ist zwei Jahre sieben Monate alt. Ich habe das bei Lilly ganz vergessen. Sorry. Und ist vom Training her, ihr seht es, auch schon relativ weit. Ist sie bei Riding schon bei 44% auf der letzten Stufe abgeschlossen. Und die Kleine hat, finde ich, auch eine sehr hübsche Farbe. Da würde ich, glaube ich, mal das Startgebot bei 1000 setzen. Weil das schon eine Farbe ist, die ich bei den Mustangs noch nicht so mega oft gesehen habe. Es kann auch sein, ich täusche mich. Dann wird sie aber wahrscheinlich sowieso nicht verkauft werden. Das heißt, Moonlight könnt ihr jetzt auch kaufen. So, ich gucke einmal ganz kurz in den Markt rein. Ich weiß nicht, ob ich auch meine eigenen sehen kann. Das müsste alles... Genau, My Offers. Das müsste... Okay, meine Offers werden nicht angezeigt. Interessant. Ich weiß nicht, woran das liegt. Die dürften auf jeden Fall alle... Ah, hier, My Trades. Genau. Die laufen in sechs Tagen ab. Beziehungsweise, ich glaube, sechs Tage, 23 Stunden, 59 Sekunden oder so irgendwas sind es. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich weiß es nicht 100%. Das heißt, ihr solltet am besten mal ein Auge auf die drei haben, falls euch eins davon interessiert. Und ja, da bin ich mal gespannt, wer von euch diese drei steigern wird. Und ich wünsche euch schon mal viel Spaß mit denen. Dann verabschiede ich mich jetzt auch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen bei diesem Kaufvideo und drücke euch die Daumen fürs Ersteigern, wenn ihr eins davon haben möchtet. Und ansonsten hören wir uns Samstag in der regulären Folge Horse Reality wieder. Tschüss! Musik